Aber das war die letzte Reise der Constitution. Davies, Crikey, hätte aber die Wunder, was die gesagt hätten, wenn wir das, wenn die überlebt hätten, um das zu sehen. Schadensmäßig können wir ja nicht viel machen. Das hat immer so betragbare Schusskanone. Ich bin ja eigentlich gespannt auf den Sound von der Kara. Ich knistel. Ich laufe mal den Einzug leer, ob ich sowas ließen kann. Super sure, als würde ich ein Radiosignal empfangen. Okay, was ist hier? Es gibt zu viel zu viel Entdecken, das ist einfach tödlich. Okay, Joe is sparkling, I don't know. The one found. I see come. He's a lob. He's a lob. He's a lob. Old Mother Church. Ich bin erschrocken, der die Nacht durchflattert. Oh, 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 oh. Keine Ahnung. Du bist ja der Profi hier. Wie lange willst du denn noch durchhalten? Wie lange bist du ein kleines hier im Arsch? Kleines hier im Arsch. Weggenutzt hab. Hä? Nee, das brauch ich nicht. Der Kist ist ja auch alles im One-Shot, ne? Das ist ja einfach die Magie dabei. Boom. Galerie Pikmin. Ne Brassen. Mal so. Verwischt. So, jetzt muss ich erst mal wieder neu orientieren. Wo ist denn das Schiff jetzt? So. Ja, das sieht es natürlich auf dem nächsten Haus fest. Ja, auch geil. Was läuft hier denn da so? Sollte ich mir so ummachen? Oh. Ganz mieses Gefühl. Ja. Ich hatte eine Brücke. Das ist eine Mini Atombomb in der Hand. Geht das hin, ganz ruhig. Oh! Eine Folletie! Jetzt haben wir ihn erwischt! Boah, der hier ist aber nicht schnell übrig, ey. Hier ist ein Trudus Kleinfeld. Das sollten wir nicht dem Glück daran überlassen. Ja. Ich persönlich gerne dafür. Ei, ei, ei. Ach, hier sollen wir uns ein Hunde oder irgendwas. Fenwell Hall. Sehe ich übrigens jetzt erst das hier sind. Hey Market Einkaufszentrum. Wo ist denn das Schiff jetzt? Da oben. Wie können wir den da hoch? Wahrscheinlich durch diesen... Durch das Gebäude. Was ist denn das für ein Gebäude? Oh. Oh. Ich mein, das zieht Druckbild ist schon aus. Oh. Jetzt hat er keine Bräne mehr. Ein verbessertes, also verbessert gesichertes Terminal. Oh, hier sind ja der Maß an die Safe-Steuerung. Achso, warte mal. Ist das ein Safe? Wo ist denn hier ein Safe? Boden-Safe oder? Ah. Oh, wir können die Experten fest... Hä? Ja klar, ich hab's hier noch eins erhöht. Mit zwei Punkten kannst du ja schon Experten lösen. Ja. Mega. Ich denke gleich höheren Löwe auf, oder? Wie schnell jetzt aber immer. Fahr mal hoch. Okay. Okay. Wir müssen... Pass auf. Noch ein Aufdruck. Geht's noch höher? Wir müssen eigentlich so Musik einspielen. Blum, 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 blum. Ich glaube ihr habt ein bisschen äh... Käpt'n Ironsides. Unser Held kehrt zurück. Welch ein glorreicher Erfolg. Die Mission ist zwar nicht ganz abgeschlossen, aber unser Fortschritt ist nicht zu leugnen. Ich bin sicher, im Commonwealth konnte jeder deine Jungfernfahrt erleben. Ganz sicher. Und unsere Raketen haben den Feinden zu denken gegeben. Wenn das so weiter geht, dürften wir mit einem oder zwei weiteren Starts im Meer landen. Meine Schaltkreise zittern vor Aufregung. Ich bin froh, dass ich helfen konnte. Ihre Hilfe war entscheidend, Sir. Ein Geschenk des Himmels. In Anerkennung ihrer mutigen Taten befördere ich Sie hiermit zum Lieutenant Ehrenhalber. Und da ich nun nicht unterdeckt passe, trete ich Ihnen hiermit auf die Kapitänskabine ab. Ein dreifaches Hoch auf unsere neuen Lieutenant. Leftenant. Leftenant. Käpt'n. Unser Held kehrt zurück. Welch ein glorreicher Erfolg. Die Mission ist zwar nicht ganz abgeschlossen, aber wir müssen es nicht zu leugnen. Das war echt eine wilde Nummer. Zweifellos, das lässt sich nicht leugnen. Wenn das so weiter geht, dürften wir mit einem oder zwei weiteren Starts im Meer landen. Meine Schaltkreise zittern vor Aufregung. Du willst das Schiff wirklich nochmal starten? Mit dem Mut und der Unterstützung meiner treuen Mannschaft ist uns der Sieg gewiss. Es hat ja wohl alles geklappt. Was hat es? In Anerkennung Ihrer mutigen Taten befördere ich Sie hiermit zum Lieutenant Ehrenhalber. Und... Schon wieder. Käpt'n Ironsides. Unser Held kehrt zurück. Welch ein glorreicher Erfolg. Die Mission ist... Hältst du das für einen Erfolg? Voll und ganz, Sir. Wenn das so war. Auf keinen Fall übersteht dieses Schiff noch einen Start. Haben Sie doch ein wenig Vertrauen? In Anerkennung Ihrer mutigen... Und da ich... Nun... Nicht unter Deck passe? Okay... Naja... Ich glaube das Schiff ähm... Ist jetzt schon ziemlich scheiße dran. Mr. Navigator? Bewehrte noch das Ausmaß der Schäden. Hm... Natürlich hoch. Das kann ich unter Deck. Okay... Haha... Ist jetzt nicht wirklich viel übrig vom Schiff glaube ich. Einmal nehmen volle Suppe das Gebäude Ihrer. Also ich meine volle Suppe, ne? Wie sieht's denn aus, Leute? Hey Roboter. Ja, mach dich mal mit. Die strukturelle Integrität dieses Schiffs ist unterhalb der empfohlenen Werte. Und Papalapa wird bestimmt funktionieren. Hey Bootsmann. Da ich Teil von etwas so wunderbaren bin, lässt mich meine Programmierung vor Aufregung platzen. Hurra! Also ich bin jetzt... Ich darf jetzt... Die... Kapitänskajut die hier benutzen oder was? Aber... Darf ich nichts anfassen. Hm... Naja, gut. Alles gut. Ich würde mich jetzt auch nicht freuen. Ich würde anmerken, dass das Schiff ganz schön gelitten hat. Ich würde mich jetzt auch nicht freuen. Finanzbezirk, okay, wir kommen also trotzdem unten raus, jetzt bin ich gespannt, wo wir sind, ich fahre mal jetzt aus dem Schiff einfach in die Tiefe, glücklicherweise haben wir die Power-Rustung an, nicht nachmachen, Freunde, nicht nachmachen ohne Power-Rustung, okay, jetzt stehen wir einfach mal so irgendwo, keep on care, bringt ja jetzt nix hier, und zwar, ich hab, was hab ich gesagt, ich würde, ich würde zu welchen Gebäude, würde ich, wahrscheinlich da drüben irgendwo, wir gehen erstmal auf die Kirche, da drüben, ups, au, lass mal feuern, schätze, die werden das nicht mehr brauchen, die brauchen es nicht mehr, level up, geil, wo, was landen wir denn jetzt, ich war nur aus dem Notfall, wenn es zu wirfen oder so ein Held zu selten, kommen wir nur mit den Schrauben, wir nehmen ihn um den Kupfer, den haben wir ja wohl immer weggemacht, ich habe mich in den Arm abgeschossen, das Gebäude, ne, Old Corner, Hallo Raider, 8 dp, geil, Geht, das war daneben, Mann, fertig, Hey Mark Deinkaufszentrum, ach guck mal, das ist das hier. Ich bin Basebeschläger aus Eiche, absolut, das sind überall Teile. Ich glaube es ist ein Ampel, der da liegt. Ich geh mal aufs Dach, ich denke mal hier gehts aufs Dach. Ich nehme das jetzt einfach ein. Er ist gestolpert deswegen. Okay, da kommen wir natürlich nicht hoch. Wie kann man den denn da oben? Das ist natürlich blöd. Wir können ja auch hier unten rein, wenn wir nicht täuschen. Wie sieht es hier eigentlich mal aus mit Rakes, Warmen, okay aber was könnte das sein? Bill ist es nicht, also es ist voll. Lass mich essen. Wieso steht der überall draußen? Und jene, ja. Das machst du gut, ich geh mal hier rein. Okay, wir gucken uns das mal an. Okay.